So Leute, wie versprochen zeige ich euch heute mein Söhnstück. Ich habe hier jetzt schon mal einen Platz vorbereitet, wo ich es dann hinhänge. Und zwar werde ich das aufnehmen. Ich habe hier auch schon meinen Camcorder eingestellt. Ja, meinen Camcorder. Und werde ich filmen, wie ich das aufbauen und dann in Speed abspielen, dass ihr seht, wie das aufgebaut worden ist, wie es ein Estersteiner macht. Ja, natürlich. Und bis dann! Bis dann! So Leute, der Moment der Wahrheit. Uh, mein Gesellenstück. Wie ich gesagt habe, mir hat es jetzt nicht so gut gefallen. Aber es ist ja jeden Sein, Sein. Ihr könnt mir auch, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Das ist alles Nussbaumholz. Amerikanischer Nussbaum. Hier hinten, das ist ein Ahornbrett. Und ja, die Rinde ist gebürstet. Wenn euch das was sagt, einfach mit so einer Maschinentrübel. Also mit einer Bürste, so gesehen, die sich halt dreht. Und oh, ja, hier oben ist eigentlich eine Ablagefläche gewesen. Seht ihr, hier geht das so zusammen. Und das geht genau um die Ecke weiter. Also ist genau um die Ecke geklebt worden. Hier sind ein Steinbänder. Das waren Voraussetzungen, die mussten drin sein. Hier kann man die Türen per Tipp-On öffnen. Seht ihr? Einfach bloß draufdrücken und schon geht es auf. Seht ihr? Hier ist der Tipp-Bahn auch. Da können wir auch mal draufdrücken. Und der bleibt drin. Geht wieder auf. Hier ist der Magnetfeld-Tipp-Bahn. Das hängen bleibt. Seht ihr? Jetzt geht es nicht mehr so besser auf. Genau. Und hier sind die Einstemmbänder. Die haben wir mit dem Stemmeiser einstemmen müssen. Das sieht das geil aus eigentlich. Auf der Camp sieht es richtig geil aus, wie die Spiegeln. Habe ich extra Kreuzschneidzschrauben genommen, dass sie noch besser aussieht. Genauso wie hier unten. Dann machen wir die Tür wieder zu. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Das, wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich drehe es mal um. Das ist ein Lautsprecher. Das ist ein Lautsprecher für mein Handy. Da kann ich dann Musik abspielen. Super Dinge. Auf jeden Fall zu empfehlen, ohne dass ich jetzt Werbung mache. Irgendwie ist gerade mein Camp unscharf. Was auch so was. Jetzt auch. Und da kann man jetzt wirklich super Musik abspielen. Dann das nächste. Was wird das sein? Das sind zwei Schübe. Werden auch wieder mit Zipp-On. Gehen super auf. Hier kann man ja so ein Sagen reinlegen. Auf der Seite wurden die gezinkt. Wie ich auch mal ein Bild in Instagram gemacht habe. Habe ich da schon mal eine Ecke gezeigt. Das war allerdings eine Übungsecke. Und das sind die Prüfungsecken, die berichtigen. Also das ist wirklich sehr viel Arbeit gewesen. Genauso wie auf der anderen Seite. Vorne und hinten. Hinten ist alles auch. Aber ich will ihn jetzt nicht rausziehen. Was auch bin ich nicht mehr so gut rein. Vor allem wenn ich in einer Hand die Kamera habe. Wo oben genau das selbe wieder. Alles. Das ist diesmal vollholzlos. Nicht nur von mir. Das ist eine Multiplex Platte. Ich wollte so eine Multiplex Platte nehmen. Zum Kontrast für das Brett haben. Aber ich finde es jetzt im neuen Hand nicht mehr so schön. Dann ein Freiraum für die andere Box. Die wo ich irgendwann mal kaufe. Wenn ich mal Zeit habe. Hier ist wieder ein Tipp angeführt. Der Einstein-Bänder. Und ihr habt das sicher gesehen. Ich habe hier eine Fernbedienung. Tja. Die meisten kennen sie. Diese super Fernbedienung schon. Und drücken. Wir drücken jetzt einfach mal auf Einschalten. Oh. Passt ja nichts. Jetzt. Es leuchtet. Super. Das LED-Band hat sich bei der Ausstellung ein bisschen gelöst. Ja. Das ist doof. Das ist. Weil die LEDs werden ein bisschen heiß. Und somit hat sich der Kleber ein bisschen gelöst. Muss ich mir noch was einfallen lassen. Warte. Ich kann ja mal nicht dahinter filmen. Aber wie ihr seht. Hier sind die LEDs reingepastelt. Rund um in die Ecke. Das Brett ist hinten. Also die Leisten hier. Sind auf Gärung wieder. Dass man die Ecken nicht so sieht. Weil sonst hätte es komisch ausschauen. Ich mache mal kurz mal das Licht aus. Brauche ich meine Fernbedienung für. Hier ist die Fernbedienung. Jetzt drücken wir mal auf. Passt auf. Das finde ich super super. Und schon sind sie aus. Ich habe mir damals extra gekauft. Das sind super Dinge. Und die S leuchtet. Leuchtet einfach mal richtig genial. Das könnt ihr hier auch alles einstellen. Schneller, quick. Machen wir es mal schneller. Ich bin so ein schneller, quick. Und jetzt leuchtet es halt durcheinander. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel die hier. Die hier. Oh, da bekommt man auch einen Krebs. Und ja, genau. Das war auch von meinem Gesellnstück. Die kann man auch noch die Hölligkeit runterdrehen. Und so weiter und so fort. Das schaut mal aber erst mal aus. Genau. Machen wir die Softboxen wieder an. Klack. Und ja, hier mein Plan, wo ich entwerfen habe müssen. Also hier steht auch schon, habe ich Soundboard genannt. Und da ist halt alles drin. Von Materialliste bis zur Arbeitsablaufplan, wie dann was ich gebraucht habe. Und ja, weiter sonstige Infos. Hier, das war mein Deckblatt davor. Ich habe mir schön mit Photoshop eingefügt. Weg damit. Das ist runtergefallen. Super. Also muss ich jetzt wieder einmal. Ich will nicht das Video zu lange halten. Aber hier sind meine Boxen. Die wollte ich eigentlich so reinstellen. Aber sie sagt dann zum Schluss, ja, hier Verbesserungen, die ich gemacht habe. Also alles. Das ist hinten. Die sind so leicht, dass sich das Brett nicht wirft. Weil jedes Holz quillt und schwindet. Und so wird es rund. Also übertrieben gesagt. Wenn jetzt, das ist jetzt eine Platte, die kann ich erwarten. Wir machen es an hier. Das Brett würde dann in dem Fall, rechte wird hohl, links wird rund. Und würde sich das Bett so nach außen biegen. Und unten auch. In der Mitte wird es zurückgehen und oben und unten wird es nach außen gehen. Das sagt man da heute zum Schwinden. Und beim Schwinden und Quillen, da ging das Holz auseinander und zieht sich wieder zusammen. Auf jeden Fall wird es dann breiter. In der Breite kann es wirklich bis zu 10% gehen. Also mein Holz ist 40% breit. Aber so viel kann es wirklich nicht mehr gehen, weil es trocken ist. 40% breit, 10%. Das sind ca. 4 cm. Also richtig eine Riesenmenge. Muss man sich aber richtig was nehmen. Wie ich auch gesagt habe, ich habe nicht nur das in der Praxis gemacht. Also mein Gesellstück, das wo ich in meinem Betrieb gefertigt habe. Mit der Auszeichnung, wo mit der Auszeichnung ausgezeichnet worden ist. Ihr könnt mir auch jetzt in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und ja, wie gesagt, mir gefällt es nicht mehr so. Weil die Proportion hier, finde ich, das ist ein bisschen zu breit geworden, wenn ihr es so anschaut. Gut, dann stelle ich auch gerne mein zweites Stück vor. Das war das hier. Es ist ein kleiner Tisch, die muss mir jetzt mal ein Shampoo setzen. Ein kleiner Tisch. Ich drehe es mal hier. Unten sind so Füße, die wo ausgenommen sind, dass es schön aufsitzt. Und die Ecken hier, ich zittere gerade so, Entschuldigung Leute. Hört das jetzt irgendwann mal aus jetzt zittern. Und da wurde halt ein Korpus reingefräst. Mit einer Rundung hier an den Schüben. Die Schübe gehen auch wieder per Tipp an. Und kann man auch per Tipp ausnehmen. Die nehme ich jetzt mal raus. Vorne wieder mit dem berüchtigten Zinken. Und ihr werdet euch jetzt sicher wundern, was ist denn das Dunkle hier unten? Lacht lieber nicht, das ist Seife. Seife? Was will ich denn jetzt scheiße jetzt mit Seife? Also da ist der Prüfer, einer der Prüfer hergegangen, hat gesagt, komm, das machen wir alles, weil die Schübe sind davon wirklich streng gegangen. Da hat man alles getragen, um die irgendwie rauszubringen, hat aber nicht hingehauen. Und somit halt, ja, wischst du, hat das mit Seife angerieben und jetzt flutschen die wirklich. Schaut her, die fliegen schon halb raus. Also eben, ohne dass hier, hier ist großartig mal. Beim anderen ist es genau das gleiche, die wurde ja auch wieder mit Seife eingerieben und vorne gezinkt. Genau, und das war eigentlich unser Prüfungsstück. Hier super gerundet, eingefräst. Da hatte ich Angst, wie wir das angefräst haben. Da haben wir wirklich den Korpus umgedreht, dass es auf der Platte gelegen ist. Und da haben wir wirklich einen riesen Fräser, der hat das rausgefressen. Da hatte ich wirklich Angst, dass meine Finger draufgehen. Das war schon wirklich krass. Ich drehe nochmal kurz nochmal um, ohne dass ich jetzt meinen Boden verkratze. Und so sieht er hinten aus. Hinten ist er auch nochmal gerundet. Hier oben ist eine Schattenfuge. Das heißt, der Schattenfugel ist dafür da, weil der wurde aufgeleimt, dass er nicht mehr runtergeht. Also den kann man nicht runterziehen, dass man hier nicht sieht, dass er aufgeleimt ist. Und es sieht auch viel besser aus. Hier hat auch noch meine Schattenfugel, sieht man hier allerdings nicht so gut. Also ich finde, das Stück ist wirklich super geworden. Den Tisch, den habe ich mal in BDJ gemacht, in Berufs Grundschuljahr. Sieht noch ein bisschen kaum aus hier aus, weil ich gerade das auch aufgehängt habe, wie ihr gesehen habt. Ja genau, ich hoffe, die diesen zwei Stücken haben euch gefallen. Schreibt es euch auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr die findet. Und genau, wenn wir schon am Boden sitzen, so sieht es von unten aus. Es hängt jetzt zick in einer Höhe von 1,60 Meter, wenn ich das jetzt richtig schätze. Ja, zirka 1,60 Meter, 1,70 Meter. Weil ich ja fast 1,90 Meter groß bin, kommt zick in hin. Und ja, wir sehen uns dann später wieder. So Leute, ich komme gerade jetzt vom Friseur. Ich habe da wen dabei, und zwar die Luna, wo ich seh, da ist die Luna. Und wir gehen jetzt gerade zu meinem Onkel. Der hat die, also meine kleine Cousine Geburtstag. Und da gehe ich gerade hin und ich habe einfach mal den Hund von meiner Tante mitgenommen. Einmal Spaß, einfach meine Haare sind jetzt wieder kürzer. Nicht mehr so lange, weil die sind ja einfach nur noch mehr in der Gegend rumgeflattert wie nochmal was. Also wir sehen uns gleich wieder. Ciao Leute. Endlich bei meinem Onkel angelagen, gab es zum Essen Pizza. Richtig genial. Man durfte die Pizzen selber belegen und dann wollten die in seinem Ofen ge... Wie sagt man dazu? Gebacken? Oder... Ja, ich sage einfach gebacken. Und haben auch richtig super geschmeckt. Also Leute. Hammer Teil. So Leute, wir sind jetzt soweit. Ende der Welt. Und wer geht unter eindeutig sweet hier nochmal. Den Simon da machen besser. Simon hier hat es schlecht. Ich kann mal hier zur Seite gehen. Aber jetzt ist es vorbei. Eindeutig vorbei. Da unten hat noch der Lucky. Der von Boxer fährt Skateboard. Den kann ich euch auch mal zeigen. Passt auf. Lucky. Schau mal Lucky. Da ist der Lucky. Schau mal Lucky. Schau mal Lucky. Ja. Ja. Also das gleich. So Leute. Ich bin wieder daheim. Und jetzt erstmal aufnehmen mit einem Kumpel. Und dann mal schauen, was der Dank noch so bringt. Ich hoffe, dieses kleine tägliche Video, was ich jetzt vor habe zu machen, hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Und bitte vergesst nicht, mir einen Namen für das Projekt in die Beschreibung zu schreiben. Es war heute morgens irgendwie krass. Weil mir... Morgens ist ja klar, ich will ja einfach das zeigen, dass ihr mal seht. Ich bin auch nur ein normaler Mensch. Bei mir läuft das genauso ab wie bei jedem auch. Wie ich will noch schlafen. Beim Frühstück wäre ich ja halb eingepennst. So habe ich da ausgesehen und wäre ich eingeschlafen. Alles Leute. Bis morgen. Tschau.